Herzlich willkommen zu einer weiteren Meditation. Heute wieder mit einer Körperreise und mit einem ganz spannenden Thema, das mir vorgeschlagen wurde von jemandem aus der YouTube-Community. Danke nochmal für den Vorschlag. Und zwar, dass wir das Bauchgedächtnis, das Bauchgehirn mit dem Kopfzentrum synchronisieren. Und wenn du dich fragst, was so das Bauchgehirn ist, also man hat ja ganz viele, oder du hast auch ganz viele Nervenzentren im Bauch, so im Solaplexus, im Magen. Und es gibt ja da schon Untersuchungen, dass viele Ängste, Ursachen für Ängste auch eben im Bauch kommen, vom Bauch her kommen können. Und natürlich dann auch noch einmal so diese Lust nach gewissen Lebensmitteln oder im Ernährungsstil kann man natürlich auch arbeiten, wenn wir das jetzt energetisch synchronisieren und da mal den vorhandenen Stress lösen. Also grundsätzlich kann man sich vorstellen, wir lösen den Stress aus dem Bauchgehirn, aus dem Magen-Darm-Verdauungstrakt, Nervenzentren, aus dem Stress im Kopf, synchronisieren das. Und das sollte dir eben helfen zu entspannen, freier entscheiden zu können, nicht so in Emotionen reinzufallen, wo festzustecken, sondern einfach mal entspannt, ja, wieder im Hier und Jetzt zu sein. Und gerade in diesen angespannten Zeiten denke ich, schadet es nicht, da ab und zu mal durchzuputzen und zu entspannen. Dann schließ einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und wir werden jetzt eben bei dieser Reise erst einmal Entspannung reinbringen. Also nochmal tief ein und wieder ausatmen. Und als Bild stell dir jetzt einfach mal vor deinem geistigen Auge eine Waage mit zwei Waagschalen vor. Und die eine Waagschale ist dein Bauchgedächtnis und die andere Waagschale ist so dein Gehirn. Und stell dir das mal vor, Bauchgedächtnis und Gehirn. Bauchgehirn und Kopfgehirn, wenn es dir leichter tust. Also Bauchgehirn und Kopfgehirn. Und schau mal, wie schaut denn diese Waage aus? Ist die ausgeglichen? Ist dein Ungleichgewicht? Und wir werden heute daran arbeiten, wenn du dein Ungleichgewicht wahrnimmst, dass wir das ausgleichen, dass das eine Ebene ergibt, dass du quasi emotional gereinigt bist. Und dass sich da Stress und Anstrengungen lösen können. Du kannst jetzt dieses Bild der Waage einfach einmal so verabschieden. Wir werden es dann nachher wieder benutzen. Und wir beginnen jetzt einmal an deinem Bauchgehirn, an deinem Bauchgedächtnis zu arbeiten. Und stell dir das mal vor, stell dir mal dein Magen-Darm-Zentrum wirklich wie ein so ein leuchtendes Gehirn, wie ein Rechenzentrum vor, wo ganz viele Informationen gespeichert sind. Und zuallererst beginnen wir mal aktuellen Stress, aktuelle Informationen aus diesem Zentrum abzusaugen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass aus goldenem Licht wie ein Staubsauger geformt wird. Und der saugt jetzt mal allen Stress, den du jetzt da im Bauch gespeichert hast, aktuellen Stress ab. Also dieser Staubsauger saugt dir aktuellen Stress ab. Und du spürst eben wirklich, wie diese Energie ausgezogen wird. Das ist dein Alltagsstress, das sind Alltagssachen, das könnte dein Arbeitsalltag sein, das könnte Stress mit anderen Personen sein, aber relativ aktuelle Gefühle. Das kann auch Stress sein, der ausgelöst wird über die falsche Ernährung, was du zu dir nimmst. Zu fett, zu sauer, zu salzig, zu schwer. Und das wird jetzt erst einmal abgesaugt. Und du spürst jetzt mal, dass dieser Staubsauger das aktuelle wegsaugt. Dann atmest du mal tief ein und wieder aus und löst mal das Bild von diesem Staubsauger auf. Und du spürst vielleicht, hat sich da schon was verändert bei dir, so Magen-Darm-Bereich, das was weicher geworden ist. Und jetzt beginnen wir mal, gespeicherte Emotionen, gespeicherten Stress, traumatische Erinnerungen zu lösen aus deinem Bauch, Gehirn. Und das musst du nicht alleine machen. Da atmest du mal tief ein und wieder aus. Und bittest jetzt mal die geistige Welt um Unterstützung beim Lösen von gespeicherten Traumata, gespeicherten Eindrücken in deinem Bauchgedächtnis, in deinem Bauchgehirn. Und da fließt jetzt schon mal die Energie, Schocklösereien, Heilung, Vertrauen, Abgrenzung, Loslassen der Vergangenheit und Aktivieren deines inneren Bewusstseins. Die Aktivierung deines inneren Lichts. Die Aktivierung deines Bauchgefühls, wenn du so möchtest. Du spürst da unten eine jahrhundertealte Weisheit, die sich gebildet hat. Was ist stimmig für mich als Mensch? Was ist passend für mich als Mensch? Und wie befreie ich mein Bauchgefühl, mein Bauchgehirn von allen Einschränkungen der Vergangenheit und der Gegenwart? Und das machst du, indem du um Befreiung bittest. Um Befreiung deines Bauchgehirns. Ich bitte um Freiheit für mein Bauchgehirn, um Klarheit. Und ich bitte um positive Flexibilität und auch das Wiederherstellen meiner inneren Intelligenz. Ich bitte um die Wiederherstellung meiner inneren Intelligenz. Ich bitte darum, dass sich alle Manipulationen lösen. Manipulationen, die über die Nahrung passiert sind, die über die Gesellschaft passiert sind. Alle diese Einschränkungen dürfen sich jetzt transformieren und mehr und mehr lösen. Und du spürst, wie diese Energie in dich einfließt. Und du spürst auch, wie Familienprogramme, emotionale Programme, aber auch Ernährungsprogramme, also das, was du gelernt hast, was gesund ist oder was normal ist, dass sich das transformiert und reinigt. Das, was du bis jetzt als normal angesehen hast, weil es konditioniert wurde, darf sich nun lösen und transformieren und dein Bauchgehirn darf frei werden, darf aufatmen, darf sich entfalten. Und du kannst zu deinem Bauchgehirn sagen, es tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe oder dass ich dich unterdrückt habe. Aber hier und heute bin ich da und ich bitte dich um deine Führung, um deine Weisheit, um dein Bewusstsein. Und all der alte Müll, der alte Schrott, der Mist, der dir hineingestopft wurde oder den du dir auch hineingestopft hast, all das wird nun abgesaugt. Ein riesiger Energiestrom, dichter, verbrauchter, komprimierter Energie. Alles, was dich klein hält, was dich unbewusst hält, was dich unfrei macht, was deine Emotionen auch vergiftet, All das wird nun ausgereinigt. Und auch deine Entgiftungsorgane sind Teil dieses Bauchgehirns. Deine Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, Nieren, die Milz, auch all diese Organe werden gereinigt und transformiert. Dein Bauchgehirn ordnet sich neu an, in einer frischen und in der höchstmöglichen Intelligenz und Form. Du erlangst Deine Eigenverantwortung über Deine Gefühle und Deine Gedanken zurück. Du erlangst auch die Eigenermächtigung über Deine Gefühle und Gedanken zurück und jegliche Manipulation, ob die in der Vergangenheit geschehen ist oder aktuell geschieht, darf sich jetzt transformieren und lösen. Jegliche Manipulation darf sich transformieren und lösen. Und in dieser Lösung, in dieser Erlösung spürst du, dass tiefes Bewusstsein, eine tiefe Bewusstheit in dir erwacht. Und jegliche Anmacht, jeglicher Gedanke, wie ich möchte so nicht mehr sein, ich möchte das nicht mehr fühlen, ich kann nicht mehr, Erschöpfung, Frustration, Übersäuerung, all das verlässt jetzt dein System und du spürst, dass du in einer neuen Klarheit, in einem neuen Bewusstsein absolut in dir stabil bist, sicher bist. und frei. Du spürst eine gesetzte Zufriedenheit, eine Klarheit und ein tiefes Vertrauen, das von deinem Bauchgehirn ausgeht. Und diese Zufriedenheit und dieses Vertrauen setzt sich jetzt fort über deine Wirbelsäule hinauf, also die Nervenbahnen entspannen sich, auch im Verdauungstrakt, in den Entgiftungsorganen und du merkst, dass diese Entspannung von unten her nach oben fließt. Also es ist nicht mehr so, dass du denkst, ich muss mich entspannen, sondern du spürst, ich bin entspannt und diese Entspannung fließt von unten nach oben über dein Rückenmark in dein Gehirn, in dein Kopfgehirn. Und nun ist es soweit, dass der Zeitpunkt gekommen ist, für dich dein Schatten Dasein zu verlassen. Du spürst in deinem Innersten, ich habe wie ein Schatten meiner selbst gelebt. Ich bin nicht zu mir gestanden, ich war fernab von meinem Potenzial und ich möchte dieses Schatten Dasein jetzt verlassen und ich verlasse dieses Schatten Dasein jetzt. Und mit diesem Gedanken lichten sich sämtliche Manipulations Energien, sämtliche Blockaden, die du in der Vergangenheit und der Gegenwart aufgebaut hast oder die dir auferlegt wurden. Und du streifst es fast ab, so dieses Schatten Dasein, wie eine alte Haut, wie eine Häutung passiert, wie eine Schlange, die sich aus der alten Haut rauszieht. Und du spürst eine unfassbare, unendliche, lebendige Energie in dir, durch dich hindurch fließen. Du spürst Inspiration und Freiheit und merkst, dass du in dir lichtvoller, klarer wirst, zufriedener wirst, dass sämtliche Einschränkungen sich jetzt lösen können. Sämtliche auch körperlichen Verspannungen, Einschränkungen können sich in diesem Licht jetzt lösen und regenerieren. Du hast ein wahres inneres Potenzial aktiviert und du spürst diese Kraft, diese Klarheit, diese Stärke und auch diese Brillanz in dir, dieses Glas Klare, Unbeirrbare, diese Würde, dass du keine Person bist, mit der man spielen kann, die man an der Nase herumführen kann, die man in die Irre führen kann, sondern du bist klar und selbstbestimmt und frei und in dieser Klarheit, in dieser Selbstbestimmung, in dieser Freiheit spürst du nun, wie sich dein Kopf, Gehirn und dein Bauchgehirn absolut synchronisieren und sich die Waage halten. Das Licht aus deinem Geist, aus deinem Kopfgehirn fließt hinunter zu deinem Bauchgehirn und dein Bauchgehirn, dein Bauchgedächtnis schickt diese Klarheit, Weisheit, jahrhundertealte Weisheit und Zufriedenheit rauf zu deiner Inspiration. Und du spürst, dass du mit diesen Energien gut für dich sorgen kannst, gut gut dein Unterbewusstsein sorgen kannst, gut für dein Menschsein sorgen kannst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und spüre jetzt, dass sich eine Reinigung vollzogen hat, eine tiefe Transformation. und du kommst jetzt mit dem Bewusstsein wieder in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, diesen Raum zurück, dass diese Heilenergien, diese Heilkräfte weiter fließen werden. Dass all diese Energien und diese Kräfte unentwegt sich regenerieren und du so spürst in deiner Kraft, in deiner Brillanz, in deiner Einzigartigkeit, dein Leben intelligent, in vollen Zügen zu genießen. Du atmest noch mal tief ein und wieder aus, bedankst dich bei der geistigen Welt für die Hilfe und Führung, streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und und du fühlst dich klar und entspannt und du öffnest deine Augen und kannst noch mal nachfühlen, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist es dir gegangen bei dieser Meditation? Ich bin gespannt auf deine Kommentare und schreibe mir natürlich auch gerne, wenn du mal einen Vorschlag für eine Meditation hast. Das wäre eben mal Synchronisation Bauch Gehirn und Kopf Gehirn gewesen und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, es gibt jede Woche Meditationen, Astrologie Tipps und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, aus dem wunderschönen Lenz, bis demnächst, dein levé Rennie. Tschüss. Lenz, bis 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 Lenz, Lenz, Untertitelung des ZDF, 2020